Ich bin Professorin für Elementarpädagogik und wenn ich nicht Vizerektorin geworden wäre, wäre ich das mit meiner ganzen Kraft und Energie geblieben vollumfänglich. Breit, spannend und gemütlich. Breit, weil ich unglaublich viele verschiedene Kollegen kennengelernt habe, die Forschung machen in unterschiedlichsten Bereichen und das war auch wahnsinnig spannend. Gemütlich, weil es trotzdem immer um die Menschen geht und man sich Zeit nimmt füreinander. In den nächsten vier Jahren möchten wir, dass viele Studierende, exzellente Studierende und auch einfach interessierte junge Menschen zu uns kommen, hier bleiben, dieses breite Angebot nutzen und dann wieder in die Welt hinausgehen. Wir haben mehrere Projekte vor. Das Wichtigste, was wahrscheinlich auch viele interessiert, ist, dass wir in den Masterstudiengängen zusätzliche Module, Schwerpunkte, die spannend sind und wir in den Masterstudiengängen, die wir in den Masterstudiengängen implementieren möchten. Ein Erfolg wäre und ist, wenn Studierende von uns, wenn sie zurückdenken, gute Erinnerungen haben und das anderen erzählen, was sie Tolles mitgenommen haben aus der Uni Graz.